Wir können stolz sein auf jenes Europa, das wir gemeinsam geschaffen haben. Ein Europa, das auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit basiert. Solidarität und sozialer Zusammenhalt sind wichtige Eckpfeiler für unser friedliches Europa. Europa braucht dennoch mehr Solidarität, neue Herausforderungen, besonders im Bereich der Migration, entgegenzublicken. Es ist zudem unbedingt erforderlich, sich auf den Umwelt- und Klimaschutz konzentrieren, vor ein nachhaltiges Europa für nachfolgende Generationen. Jumle Europa et Taieb